Hallo Leute, herzlich Willkommen zu Backrooms Break, die Demo. Ich habe noch nie einen Teil davon gespielt, aber jetzt starten wir mal rein. Ich glaube er erscheint dieses Jahr noch, glaube ich sogar. Sicher bin ich mehr und ich kann auch nächstes Jahr sein. Okay, ein Hammer. Throw Hammer and call it back. Geil, Swing Hammer. Krass. Ah, der scheint tot zu sein. Aufzug. Das ist ja geil, ne? Ich brauche einen Schlüssel. Throw and copy rechts. Rechtsklick. Oh shit. Der Bruder meins Ernst. Stirb, Junge. Tod, okay. Ah, vor hier. Oh shit. Ich bin so dumm. Ja, dann würde ich gerne mal neu starten eigentlich, ne? Ne, HV Headlight. Ah, die Kopflampe. Mal Kuwait bekommen. Ich hoffe eigentlich schon gerne so ein Waffe war, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt gefunden. Shotgun ammo. Oh, ah, okay. Okay, bereit muss man auch vorlaut, dass ich nicht so weit kommen werde. Aber ich würde gerne nochmal starten, weil da bin ich nicht so blöd und schlag auf so ein Fass, äh, auf so ein explodierendes Fass ein. Oh, Schlüssel. Wo kann ich das nicht finden? Wahrscheinlich von den Viechern, ne? Keine Ahnung, ob ich mir den Brostuhl hier machen kann. Boah, der ist so groß, ey, wie? Was gehört? Oh, shit. Oh, shit. Scheiße. Hab ich. Aber die vier droppen nichts. Pistol ammo. Was ist das? Oh, crazy. Oh, shit. Oh, shit. Was ist das denn, ey? Spinner oder sowas. Ich gehe noch mehr Leben, ne? Weiß irgendwas. Was? Ah, langsam hab ich die Dreh raus. Ich hab so ein Explosionsmoppet. Geil. Ah, guck mal. Hier ist was drin. Ne Menge sogar. Heißt das jetzt Leben? M2 Drink. Was ist das für Leben? Ja, perfekt. Nice. Sniper ammo. Pixel ammo. Rifle ammo. Ja, cool, aber kein Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel, Leute. Für so'n geilen Safe. Oder für so'n Waffenschrank. Schrank. Ja, immer hab ich jetzt genug, aber... Okay. Da ist ein Viech. Keine Ammo, äh, keine Waffe. Okay, da unten ist also der Lebensbalken. Da krabbelt noch einer rum. Da ist jetzt was anderes. Einmal was größeres. Oh, er kommt noch aus. Alter, warte, was ist das? Scheiße. Was ist das denn, Leute? Kacke. Okay. Oh, shit. Oh, ne Waffe. Keine Chance gehen, natürlich. Nur hiermit. Okay. 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 Einziger Weg, um die Viecher loszuwerden. Dann kam aber nur so ein Typ rum. Ja, wo kriege ich denn den scheiß Schlüssel? Verdammt. Ihr habt keine Sachen dabei, ne? Oh, was ist das? Die gehen ja noch einigermaßen hier, die Viecher. Geil, eigentlich cool gemacht. Ich glaube schon, ob man Spaß haben kann hier, ne? Wenn man gute Waffen hat, kann man hier schon was zerstören. Weit genug wegrennen und gucken, wo man hier so Sprengsätze hat. Hier zum Beispiel. Hier, ne? Oh, shit. Genau so. Und nicht anders. Wir droppen nix. Keine Waffen, nichts. Ich sagte, Ball. Und 30 Leben noch. Ist auch nicht so viel, ne? Rifle Ammo. Guck mal, hier ist ein Schrank. Da brauche ich was. Maschinen können... Digga, bleib stehen. Rifle Ammo. 2.000 Experience. Ach so, scheiße. Da musst du wieder gespiegeln, dann kriegst du den Schlüssel dafür, oder was? Ich würde gerne ammo. Ja, echt. Also kann man auch Experience erspielen, um die Waffenschränke aufzumachen. Ich würde gerne wissen, wie groß die Karte ist. Die unendlich groß ist, ey. Keine Ahnung, wo das Viech ist. Ich kriege genug Ammo, Leute, aber keine Knarre. Was soll ich denn machen? Was hat der denn hier? Handgun Laser Attached. L-T-To-Open-Tactical-Menü. Geil. Fall bitte da rein, ihr Idioten. Komm, seid so dumm. Ich treffe die nicht, glaube ich. Geil, das ist gut. Idioten. Ich bin ja auch lebe abgezogen. Ach, schon mal. Ach, ich weiß nicht genau. Der läuft hier nicht rein, ne? Komm, ruhig hin. Aber die kommen echt nicht rein. Wasser, geil. Ey, sehr simpel gemacht. Nicht so ein Bock, muss ich sagen, ne? Wenn ich jetzt mal endlich eine Waffe finden würde. Okay, hier ist Ende. Nicht weiter. Was ist denn hier? Elevator Card, die haben wir gesucht. Damit können wir zum Aufzug. Keine Ahnung, wo der war. Gut, wir müssen jetzt den Fahrstuhl wieder finden, Leute. Irgendwo standen still da mit dem Elevator. Guck mal an, hier. Guck mal an, hier. Oh, shit. Oh, shit. Tutterraum. Hey, hier ist Computerraum oder Elevator hier lang. Ich hab keine Ahnung, wo der Fahrstuhl ist, Leute. Gut, Leben sind wir wieder am Start. Perfekt. Hier ist Ende. Hier ist Ende. Ich hab keine Ahnung. Die Dinger sind immer geil. Ich mach so ein paar Löcher an der Wand mit. Ich hab mal am besten gucken, wo wir sind, ne? Ich hab die Originaler an, als ob man es auch so mit Betonwand haut, ne? Geil gemacht, wirklich. Geil gemacht. Gefällt mir gut. Noch nie eins von den Spielern. Okay. Wir müssen kurz gucken. Wo so ein paar geile Fässer ab hier, die ich in die Luft sprengen kann. Dann können wir ganz hinten durchlaufen mit dem Viecher. Ich warte ein paar Worte. oh shit oh shit, 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 Leute ja, das Vieh geht mir auf den Sack kommt's hinterher? ja treib ich denn überhaupt? ja was? das war immer schlägt, ist das Ding tot was ist das denn für Lappen oh, ich hab gar nicht weggegangen da hinten war das ich hätte gern so gern den Schlüssel für die Pistole oder für ne Waffe irgendwie mal Elevator oh, da hinten ist ja auch nochmal blau wir gucken jetzt mal hier, was hier ist scheint aber so aus wie ich hier gewesen bin, ne? mal kurz ein Loch hier rein, weil hier haben wir Sprengsätze Sprengsätze oh shit, ich weiß nicht wo der auf dem Schrank ist, Leute ich weiß nicht wo der auf dem Schrank ist, Leute warte, da kommt hier nicht rein schon mal gut komm Junge, mach's los den will ich frei machen für dich irgendwo ist hier der Fahrstuhl ach, du kackst da denn los, ey er denn, ey Schütz von vier so Viechern toll natürlich bräuchte es halt die Pistole keine Ahnung, wo das war keine Ahnung, wo das war hier ist auch noch was Leben ah krass viel fester da hinten keine Ahnung, wo die scheiß der Waffenschrank war hier gibt's auch nichts wie eine Karte oder so, keine Ahnung aber auch nicht die Möglichkeit diese Viecher denn zu töten, ne? das ist auch nichts wie eine Karte und keine Pistole wo verdammt war die? Kein Plan hier war der Computerraum hier war die nicht doch hier geil hier war die durch nein scheiße fast reingeflogen unmittelnd irgendwo in die Richtung war der scheiß Fahrstuhl das war Wut sie stören hier ja genau hier ist er das ist also der geile Fahrstuhl guck mal, ob wir die wegkriegen keiner weniger wir schaffen, wenn wir genug Ammo da sind alle Schüsse drauf ob das Viech okay, hab ich zu leben zwei Stück noch das ist einfach so easy hä? schade eins noch jetzt hab ich so viele Ammo gesammelt vorher hallo Idiot ist das der geile Aufzug hier oder was? oder was ist das hier? hä? ist das nicht der Aufzug? ich hätte gar nicht den Film brauchen oder was? das ist nicht der Aufzug verdammte Scheiße wo ist der? ja? da ist er, oder? nice ich würde sagen damit sind wir am Ende glaube ich mal gucken ja nice Leute hat mir gut gefallen muss ich ganz ehrlich sagen ich bin gespannt wenn das Game rauskommt und wir werden es auf jeden Fall spielen macht mir sicher auch Spaß mit mehreren und ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal ciao